Ich war sehr froh, dass mein Mann nach der Geburt war. Die Geburt dauerte allein drei Tage. Ich hatte auch die Ferietage gebraucht. Es war sehr schön, wenn wir nach Hause gekommen sind. Wir haben die Gemeinschaft noch nicht nach Hause. Ich habe mich auch als Bücher unterstützt zu Hause und die Zeit ein bisschen geniessen. Ich würde sagen, dass es jedem Vater zu herzlich gibt, dass ich eine neue Situation machen kann.